Ja, war lecker, das Essen. War wirklich lecker. Ich muss noch spülen. Tja, was haben wir jetzt? 20 vor 4? Nee, kurz vor 4. Ach so, schon kurz vor 4? Ja. Mann, Mann, Mann. Die Zeit vergeht heute aber auch besonders schnell. Gut, dass wir noch einen Tannenbaum bekommen haben. Das ist Jürgen. Jürgen, äh, auf seinem Zimmer. Jürgen. Jürgen. Ja, was ist denn? Komm rein jetzt hier. Wir wollen feiern. Was ist denn los? So, mach mal einer hier. Komm, hier, mach mal du den Baum an. Nein, ich, Jürgen. Ja, mach du den doch an. Warte, ich soll den Baum anmachen. Machst du jetzt den Baum an? Ja, wer denn jetzt? Mach mal euer Ich. So ist richtig. So. Ruhe. Jürgen, jetzt seid doch mal ruhig. Ich hab doch nichts gesagt. Hier, pass auf. Jürgen, jetzt nimmst du die Plotflöte. Ja. Und spielst nochmal einmal hier. Ach, Heinz. Ein Weihnachtslied. Muss das sein, dass Jürgen jetzt spielt? Mal gucken, ob der Weihnachtsmann noch ein Plotflöte ist. Ich will nicht spielen. Ich hab echt keinen Lug dazu. Ach. Ich will nicht spielen. Nee, mach. Komm. Hier. Ach, nun lass sie ihn doch. Er will doch nicht. Mal komm, die Pärchen schalten, die Leute. Jürgen, spiel doch. Schön. Mann, Mann, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, was kann ich denn dafür? Was spielt's mit dem Salat zusammen? Jürgen, das war wirklich nicht gut. Oh, oh, jetzt kommt er schon. Ach, ich bin ganz aufgeregt. Was ist denn, was hat er für mich mitgebracht? Guten Tag. Ich bin der Weihnachtsmann. Guten Tag. Ich darf mich vorstellen, Van den Berg, das ist meine Frau. Mein Juni, das ist Jürgen. Hallo. Das ist ja eine nette Familie. Jürgen, sag guten Tag. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Er hat guten Tag gesagt. So. So, ich hab jetzt Sack mit. Haben Sie ja sicher auch schon Geschenke mit? Ja, jedem Sack sind Sie geschenkt. Würden Sie meins vielleicht schon haben? Ja, wenn es sein muss, bitteschön. Danke. Entschuldigung. Ah, gefällt es Ihnen? Was ist das denn? Was denn? Ach. Eine Unterhose. Für Sie hab ich noch nichts dabei. Ohne Schlitz. Heinz. Ja, ohne Schlitz. Ja, ich seh schon, ohne Schlitz. Hör Sie mal. Das ist ja nicht. Da ist ja auch ein Fehler unterlaufen. Das ist ja. Wollen Sie mit Schlitz? Wollen Sie mit Schlitz haben? Jetzt hier abwiegeln. Jetzt muss er wohl sich um, äh. Sie wollen also mit Schlitz. Handeln. Sie wollen mit Schlitz. Da müssen Sie ja vorhersagen. Das ist sowieso nicht meine Größe. Hier, haben Sie das wieder. Ja, Moment mal. Sie können ja nicht hier annehmen und dann wieder abgeben. Der war's ja angepackt. Kommt erst mal der Sohn dran. Ja, wenn Sie meinen, dass erst der Sohn dran kommen soll. Bitte schön. Hast du irgendwas in meinem goldenen Buch steht, du hättest was verbrochen letztes Jahr. Was war das denn? Ja, du bist ja Maßen. Äh. Ich hab in der Kirche den Pastor, hab ich im Bein gebucht. Das erfahre ich jetzt erst. Na, pass auf. Da muss ich erst mal ein paar Schläge kriegen. Hören Sie mal. Du mir leid. Moment mal. Ja, nee. Da muss ich ja schon kurz halten. Au, aua, aua. Nee, also. Jetzt tut er mal. Halt. Sie da. Halt. Der Weihnachtsmann. Halt. Können Sie mich bei den Sohn hauen. Hören Sie. Nochmal, Herr Jürgen. Bitte mal hier. Von mir auch noch. Von mir auch. Oh. Oh. Hier nochmal beißt. Hier nochmal rein. Ja. Ich bin fertig. Haben wir noch ein Tässchen Kaffee? Ja. Also für mich nicht. Kaffee, äh, Hark. Möchten Sie noch ein Tässchen Kaffee haben? Nein, für mich nicht. Wieso denn nicht? Ja, weil ich muss ja woanders hin. Ja, meinen Sie hier unser Kaffee wäre schlecht? Hab ich nicht behauptet. Was meinen Sie eigentlich, äh, wo Sie hingehören? Lass, lass einfach abziehen. Ich hab ja da, ich will nicht mehr. So, ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Oh, das ist ein Flasch. Poor pants.